Hey YouTube, hier ist wieder euer PokéManiac. Heute habe ich euch eine Deoxys X Tin Box mitgebracht. Genau, hier das Artwork, sieht man hier, Lugia Deoxys Voltolos. Ja, hier drin finden wir vier Booster Packs und natürlich die Promokarte Deoxys X. Ja, die Tin ist aus dem Jahr 2003. Falls es wen interessiert, ja, dann fangen wir mal an. Dann haben wir einmal Deoxys X und die vier Booster. Zweimal Plasma-Frost und einmal Bestoppene Schwellen und einmal Hardgold Soul Silver. Gut, fangen wir mal mit Hardgold Soul Silver an. So, dann fangen wir mal mit Hardgold Soul Silver. So, dann fangen wir mal mit Hardgold Soul Silver. Dann fangen wir an. Wer hätten wir Volteler? Merrel, Ovai, Carpador, Ladybar, Starmi. Doppelfarblos Energie. Nach armerem Trainer. Und die Reverse-Karte ist ein Ballaufisch. Und die Reha, ein Imperator, ein Online-Code, Voltoball, Floing, Haspiror, Toxipet, Mauxi, Azumere, Flampevian, Beulenhelm, Trainer, und die Reverse ist ein Litomid und die Reha, ein Enteron. Zwei übrig. Welche nehmen wir? Zuerst nehmen wir die. Zuerst nehmen wir die. Zuerst nehmen wir die. Sneedle, Lichtl, Voltoball, Makuita, Gladiantri, Team Plasma Orden, Onyx, die, ach, noch nicht, ja, sehen wir, jetzt die Reverse-Karte, oh, eine Ast-Trainer-Karte, Lebenstau, nicht schlecht, und ein Niederkling-Stern. Ja, ist schon mal ganz gut, der erste gute Pull, die Ast-Klasse-Karte, so, nächstes Pack, Hornliu, Slimer, Makabaya, Lichtl, Rasav, Eisstadt, Mil-Tank, Landtouren, die Reverse-Karte ist ein Rasav, und die Rare ein Radikal. Ja, dann war das Beste, was wir so hier rausgezogen haben, eigentlich die Ast-Klasse-Karte, und natürlich die Promo-Dioxys-Karte. Ja, nicht schlecht. So, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, im nächsten Video werde ich, ähm, eine Phenexis-X-Tint öffnen, dort drin sind dann Booster aus den XY-Serien enthalten, und ja, das folgt, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ihr schaltet auch demnächst wieder ein. Ja, wünsche euch viel Spaß, euer Pokemaniac.